Musik Wen sprechen Sie mit so einem Produkt hauptsächlich an? Wer sind die Hauptkunden? Die Hauptkunden, Leute, denen ihre Gesundheit sehr, sehr viel wert ist, die Wert darauf legen, sich wohlzufühlen Und die einfach sagen, die möchten sich was Gutes tun und das ist natürlich ein Durchschnittsalter von 40 bis 50 in der Regel Es gibt aber auch schon junge Leute, also die jüngste Kundin, die ich bis jetzt hatte, war 18, Basketballspielerin, hatte solche Gelenksprobleme Als Regeneration also auch gesehen, deshalb Physiotherm, klingt ja auch so ein bisschen medizinisch Musik